Ja da ist er, ich sehne, ich sehne, ich sehne Brüner Taloon Soll ich sagen, dass ihr hier seid? Nein Sie sind im Channel, weißt du? Ich wurde von einem Bandit getötet, wie von einem Sniper Nein, nein Was ist denn? Nein, ich gehe nicht mit Strangern, weißt du? Was ist denn? Nur wenn du mir Kandys gibst Wie bitte? Will ich jetzt auf China oder was? Nein, ja, ich will Wo seid ihr? Hauptstraße Ausrichtung Tomorrow we go there, you know Because I think they die Ähm, was Nate? Ja, ja, ja So, ich bin jetzt gleich beim roten Backsteinhaus Okay, wir sind dahinter halt Ich bin am allerersten Haus von Solny Ähm, hinterm Backsteinhaus Richtung, äh, dieses Rail Tracks da Aber auf das No problem Ah, thank you I appreciate it Er ist voll-equipped Er ist voll-equipped, der hat mich Pozilia Spielerband mit dem TS melden, danke Okay, ich bin jetzt ganz am Anfang in den Hallen dort, wo das eine Silo ist Oh, da läuft der gerade vorbei Ich bin freundlich Ich bin freundlich Ah, der ist von mir Ja, Franky Hey, Mann Oh, nice Helmet Ja, ich habe jemanden vorhin und sie hatte ihn Er hat einen freien Helm Ja, ja Ah, den habe ich vorher auch getroffen Nee, das ist ein anderer Das ist ein anderer Das ist der Kripp Ja, der war der Kripp Ja, ja, ja Ich suche ihn Ja, nein, ich habe ihm nur ein Geer gegeben Ja, ich habe ihm einen Geer und so Ah, okay Fine So, have a nice day Stay alive, Mann Hallo? Ah, Maki? Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! What the dark skin! Was machst du mit dem Reifen? I found your friends This is my- What the fuck Where seid ihr denn? Auf der Hauptstraße Richtung Elektro Oh, jetzt sind sie wieder auf der Hauptstraße Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! It's my friend! I'm Captain America! I'm Captain America! Bye, man! So, jetzt lass uns mal suchen hier Oh, ich muss das- Ich muss das- War das der mit dem du gerade gesprochen hast? Na, ich sehe euch da hinten Maki Hattet der einen Tortillian? Weiß ich nicht, kann sein, er hat auch immer so einen Ritterhelm gehabt Ich glaub, dieser Mann da hinten ist nett Ja, er zielt mit der Waffe Don't shoot! Don't shoot! Don't erschießen! Hör auf, Mann! Wenn da noch einer rumrennt, dann knallt der Naderman ab Ach! Schöner Rucksack! Schönen Tag! Schön, dass ihr schon alle was habt Moin, moin, moin! Ja, dann bleibt doch mal stehen! Wir werden sehen! Ach so, dann gehen wir da links die Häuser entlang, hätte ich gesagt Gehen die mal durch Ach, das ist nicht Schneue Jo! Also du musst halt wirklich dir jetzt die Zeit nehmen im Endeffekt, ne? Und alles durchluten Ja! Aber da hinten ist, glaub ich, ein Spieler gewesen Und zwar, ähm, da ist so ein Schuppen rechts von den Schienen Ja, da ist ein Spieler Ja! Okay! Gigiert! Äh, seh ich noch nicht Ne, ich schau ziemlich low aus, hebt die Hand Scheint friendly zu sein Okay, lass mal rüber Ich seh den gar nicht Ich auch nicht Ja, noch ein Stückchen weiter Hey, man! Ach so, da hinten Naja, spiel dir mal mit dem Jaja, du bist Drö! Drö! Hello! Hello! Drö! 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 Wir möchten, wie eine preparationste Drö! Drö! Dr! 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 meant nachher Dr! 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 Haben Sie nichts? Oh nein, nichts Hier Hier Nur ein Jackets und... Ja, das ist alles Sorry Wo ist Ihr 3rd Freund? Oh, er ist looting die Houses Ok Ok, wir sind freundlich, nein Jules Ich bin blind Sie haben keine Schotten von Blut? Sie wollen etwas probieren? Nein, wir haben keine Schotten Oh, ok Ok, ok Ok, so Gut, Glückwunsch Ja, Sie auch Sie haben einen schönen Tag Bleib hier So, ne, wo bist du? Ah, da oben Er hat auch schon nach dir gefragt Er hatte ich es gesehen gehabt, dass wir zu dritt sind Ähm Es wäre aber ganz cool, wenn wir zum Essen vielleicht irgendwo in ein Haus reingehen Nate? Ja? Hier ist eine Handsäge Habe ich doch schon benutzt Achso Da guckst du mal auf meinen Rücken Uh, die kannst du aber auch in den Rucksack packen Ja, das weiß ich Hast aber keinen Platz, gell? Nein, gerade nicht So, in welches Haus möchten sie denn? Äh, ich bin direkt bei dem am Brunnen Steht's gerade oben auf dem Balkon Nicht fallen! Ah, da, da, guck mal, wie versteckt der war Unglaublich so was Ich hab ihn gleich gesehen So, dann essen wir erstmal hier, what, ne? Achso Hallo Jetzt weiß ich, was ich immer noch nicht hab einen Dosenöffner Achso, du wolltest noch die Sonnenbrille Achja, genau Wo steckst du denn da? Möchte jemand Bacon Beans Hier, leg Danke Hast du auch mal einen Dosenöffner für mich nochmal? Sekunde Weil dann mach ich mir schnell mal meine Dosen alle auf Legt Danke Einmal Zweimal Ich hab auch noch zweimal Reis, also verhungern werden wir jetzt nicht Einmal Ich hab noch vier Äpfel, jede Menge Dosen Ja, deswegen sage ich, ja, verhungern werden wir jetzt mit sichern nicht Ich hab, äh, zehn Dosen lassen So, okay, danke Kann's wieder nehmen Und zur letzten Not habe ich auch noch powdered milk Uuuuuh Ich bin schon wieder stuffed Egal Ich ess weiter Bis ich kotze So bleib ich schlau So bleib ich schlau Oh, da sind viele da draußen Wo? Hinterm Supermarkt Oh, Maki, was... Alter Wieso schießt du sofort? Ist der equipped? Ja, ist equipped Sieht nicht sehr freundlich aus Ach Ich merke es mir Ja Jetzt ist er definitiv nichts mehr freundlich Ich wollte ihn töten Ich werde es auch schaffen, meine Kameraden Wir werden jetzt Menschenfleisch haben, hoffe ich doch Wo soll der sein? Hinterm Supermarkt war er zuletzt Bei deinem Aim, ein Wunder... Ne, ich muss... Der hat nicht aufs Fenster geschossen Fenster Hat er auf dich geschossen vorher? Äh... Definitiv nein Bin ich... Oh... Lol Alles was, Maki ist gleich tot Ja Er wird schon tot, ja Er ist im Supermarkt Ja, ja, im Hauptgang Du bist tot Ja, ja Warum? Er hat eine Schrotflinte Ist, ähm... Wenn du in den Supermarkt, den Haupteingang, sofort rechts in dieser Ecke liegt er da Ich glaube, er lootet mich Ich seh deine Leiche Ich lock hier mal unsere Tür Ach, Leute, ihr geht doch dahin Ich seh deine Leiche Aber ich seh nicht, dass der lootet Ne, kannst du mal den Hinterausgang vom Supermarkt im Blick behalten Moment Ich bin, äh... TÜV so in der Nähe Ich seh weder Maki noch irgendwas anderes Maki liegt am Haupteingang, liegt die Leiche Ah Du bist aber selbst dran schulden, Maki, ohne Scheiß Ja, ich weiß, ich weiß Ja, aber das ist das, was ich gemeint hab Du musst dich jetzt wieder ein bisschen umstellen Ach... Find ich mehr friendly Ja, pass auf Das ist mir... Es ist scheißegal Das ist genau das, was wir immer gesagt haben Es gibt keine Alleingänge Naja Du kennst die Regeln Äh, ja Ja Ja, dann halt dich dran Ich seh nix Deine Leiche liegt auch nach wie vor unangetastet herum Äh, ich glaub der sitzt da noch immer Also, es ist eine Vermutung Glauben heißt nichts wissen Ja, ich will halt, äh... Der hat sich wahrscheinlich schon längst verpisst Naaah Ja, da ist es... Sine, Sine, Sine Ui, Na Taloon Ich seh halt mal so rein gar nichts Du musst den, äh... Rückseitigen Ausgang Oder Eingang, wie auch immer Behalte ihn im Blick Äh, wo ist der denn? Wo ist der hingerannt? Noch gar nicht, der ist bloß wieder zurück ums Eck Hast du auf ihn geschossen? Ja Da geht doch Es kann auch sein, dass ich ihn nicht gehittet hab Ich bin mir aber nicht sicher Ähm... Ihr habt ne gute Chance zu zweit Sag ich... also ihr könnt, äh... einer kann den ablenken Ja, mit ne Sporter und, ähm, ne Shotgun Ja, ne Shotgun Ja, eben Da läuft jemand Ja Wohin? Okay, bist du das? Nein, nein, ich bin, äh... gleich beim Schnelldruck Der ist in den Supermarkt rein Hast du den vielleicht gekillt? Ich den? Ne Mit der Sporter, One Shot Und ich hab nur seinen Arm gesehen und so ein Teil Vergiss es Also... Ah, der nimmt die Sachen weg vom Markt hier jetzt, ja, der kommt hin Ja, dann, ähm... Geht einer runter, den habt ihr dann... Wenn der da jetzt steht... Der eine Nein Der eine ist tot Dann geht doch den Bambi da erschießen, oder wer das ist Also, ja... Wer ist das dieser Bambi? Ja Hab ich den vorher schon getötet? Nein, ich Nein, aber vorher, dass das nochmal der gleiche ist Ja, geht den erschießen Ne, da ist noch einer, da ist noch einer Da ist noch ein anderer, okay Ja, da ist noch einer Okay, okay Also, die sind im Supermarkt jetzt Ja Okay Na, nur noch einer Und der andere? Der Zombie? Wie kommt der Zombie hier rein? Keine Ahnung Du blutest Ja Behalte den Eingang im Blick Bruh Aber cool, auf die Distanz mit der Shotgun hat umgelegt, geil Ha Nice job Ist der weggenannt? Ja, der ist rinnt voraus Mit meinem Loot, ne? Nein, ohne Ah, okay Ah man, die Shotgun ist ja... Der konnte keinen Loot nehmen Achso, okay Warte mal Der ist jetzt hinter dem roten Container Ja, ich passe jetzt mal auf die Ecke hier auf Ne, dass der da irgendwo kommt, weißt du ja, oder dass der ein Haus gegenüber geht, weißt du immer, dass er auf die gleiche Höhe kommt Ansonsten switche ich auf die Magnum um Macht glaube ich mehr Sinn Siehst du den auch? Ne, ich seh ihn nicht mehr, da sind mir die Bäume in der Sicht Ah doch, ich seh ihn nicht, da ist er hinter der Mauer noch Rechts vom Container, er läuft jetzt wieder zum Supermarkt Ist der wieder rein? Ja, der ist wieder rein Oh, ich glaube ich muss nachladen Ja, dann mach das Äh, du brauchst das nicht zu ejecten Du kannst das schon in eine Kugel nachladen, so Das geht Nur so als Infotipp Der ist vorne am Eingang wieder Der will an den Loot ran Der geht nicht weg, der will an den Loot Dann, ähm Was, wisst ihr was ihr machen könntet, wenn er jetzt wieder wegläuft, könnte einer reinrushen in den Supermarkt und auf ihn warten Okay Meinst du nicht, dass der beobachtet? Ähm, wie bitte? Meinst du nicht, dass der beobachtet? Ähm, falls wenn er jetzt... Der sieht das Hm Wenn ihr vorne reinkommt? Und hinten ist offen, also könnt ihr... Also, ne, ist egal Der hat mich gehittet Er hat dich gehittet Okay, warte Ich glaub ich hab ihn Ne Wie hat der denn dich gehittet? Der hat mich beschossen mit irgendwas Weil der nicht schlecht ist, ganz einfach Wohin? Von wo? Das war aber nicht er Wahrscheinlich ein Bambi Ähm, ich bin gleich in der... in der Nähe, okay? Los, los No? Hä? Jetzt keine Bewegung mehr von dem? Bisher nichts... was aber nichts heißen will Hast du den Haupteingang? Ich seh den Haupteingang, ja Okay, dann geh ich mal ein bisschen bloß zurück Ich bin gleich da Noch ein Kilometer Hä? Hä? Was? Wann gibt es so viele Hochhäuser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hier gibt es bloß in Cerno Na, na Hörer Garantiert nicht Doch, doch, haben sie rein neu gemacht Ja, die haben ja beide neu designt, ne, muss ich auch sagen Ach, stimmt Seitdem war ich ja nicht mehr da Ich hör was laufen links von uns Ich hör was laufen links von uns Kann sein, dass der eventuell dann durch die Tür kommen will Kann sein, dass der eventuell dann durch die Tür kommen will Mhm Ich hör auch was schnaufen, ich weiß ja nur ob du das bist Ja, der kommt hoch Ja Der ist wieder runter Geht nach links weg Nice Ich will jetzt weiter hinter, weil da der Kran ist Hast du nichts sehen? Ja, aber nicht getroffen Wo ist er? Jetzt will er rein in den Supermarkt Okay Das war der gleiche Ist hinten raus? Ja Wahrscheinlich Ist hinten raus? Ja Wohin? Ähm, um den Supermarkt rum Der Dreckszombie hier stört auch jetzt Ach, da ist er Ach, da ist er Herrgott, ist doch nicht wahr Ich krieg ihn ja nicht ins Visier, ey Hast du denn gesehen, wo er dahin ist? Er ist irgendwo am Container dort Ich komm jetzt hinten an den Containern an mit einer Axt, also Ja, dann mach langsam, der ist doch irgendwo an den Containern Gut, 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 okay Ähm, sehe den Supermarkt schon Also, einen Typen nur Ja Ja, einer Okay, okay, gut Ich weiß aber nicht, was der für eine Waffe hat Ich glaub, der hat geschämt Das würde erklären, warum er immer so langsam ist und nur so wenig von sich gibt Ganz genau Dann wird's auch keinen Sinn machen, wenn er hier hochkommt, weil er hatte gegen uns beide keine Chance So sieht das Kann sein, zwei, dass einer von uns dran glauben muss? Mh, wenn er sehr gut ist, ja Okay, bin gleich hinterm Supermarkt Ich seh den nix mehr noch Keine Bewegung mehr gesehen Der auch nicht Der wird abwarten Natürlich wartet der ab Es geht jetzt gerade darum, wer hat den längeren Atem Wieht der mich? Hinterm grünen Haus? Podesthaus? Ja, hab ich gesehen Pass auf, der ist bei den Containern, hinter der Mauer eventuell irgendwo Ja, ich seh dich auch Genau, äh, sehr gut, Maki, geh da mal rein, guck mal, ob du den siehst Ja, ja Irgendwo gerade vor dir, hab ich ihn ja zuletzt gesehen Warte Ich könnte schwören, ich hätte ein anderes Atmen gehört Maki, ich glaube, deine Leiche ist weg Ooooo Aber die andere Leiche liegt noch dort Meine Maus, Maus, Mausen Schau mal, bisschen Frontal hier grad Ach, das warst du jetzt grad, ja Ja, ja, ja Äh, bist du in den Supermarkt rein? Ganz genau Okay, dann behalten wir das jetzt außerhalb im Auge, wenn du im Supermarkt bist Ganz genau, mach das Ja, mach hin, schnapp dir das, was da rumliegt Es ist nicht mein, also Scheiß drauf, schnapp dir, was da rumliegt Ja Ah, mein ganzes Loot wurde geklaut Ja, selber schuld Wer kann das Loot denn jetzt haben? Das ist despawned Er ist gespawnt Er rennt da immer noch rum Ja, ja, ich will ihn ja kriegen Er muss ja irgendwo hier sitzen Oder hat sich ausgelockt Ich bin jetzt grad Kaffee Vierecke Äh, also, den ganzen Tag Ja, ich bin jetzt Aber Drei 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 Vielen Dank.